hallo liebe freunde willkommen zurück zu zombie night terror wieder im tower of the damned ja letztes mal haben wir es nicht geschafft weil ich wichtige sachen nicht beachtet habe diesmal werde ich dies tun wie folgt der hier ja der hier wir müssen einen hirn packen damit die nicht da hinlaufen sonst passiert dass sie da oben stecken bleiben boah ist level groß eieieiei sind die bescheuert oh gott ok gucken wir mal ganz kurz also wissen ja wie es hier funktioniert dort wissen wir auch da müssen man hoch springen lassen blabla dann hier da müssen wir einen hinschicken mit das ausschalten mit die hochkommen das muss ich kurz niesen hier müssen einen stellen damit die nicht da rein laufen hier das müssen wir das müssen wir anmachen damit es angeht damit die hochgehen genau wir müssen das einschalten damit die hochgehen dann machen wir einen typen hin damit die nicht rein laufen dann müssen wir hier hoch das ausschalten damit der hier angeht damit die hochkommen da sind die hier gefangen das kein problem dann müssen wir aber auch wir müssen ja dann müssen wir es schaffen mit der zack 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 hier und dann hochkrabbelt genau mit der da hochkrabbelt also hier entspringen lassen dann von da nach da wo ich mal ganz kurz also wenn wir hier lang springen wir müssen hier dran springen dann läuft der hier hoch dann kann er nach da springen dann läuft er hier runter dann lassen wir hier ran springen dann läuft er hoch dann kann er nur noch da springen ok oder wir lassen hier dann hier entspringen und dann direkt darüber springen dann läuft er wieder hier hoch dann lasst mich hier rein springen dann kann er gegeben falls hier hoch springen hier rein springen da lang springen laufen springen zack dann ist er hier dann kann er hier gegen springen und da rüber ok das ist unpraktisch wo doch dann springt er so so dann fährt er hier runter zack dann kommt er hier dran dann hier gegen hoch hier gegen hier rüber so zack dann hier gegen springen und hier rüber springen dann hier dann hat er jedenfalls dort dann läuft er hier lang dann geht er hier hoch und fährt dann runter dann läuft da hier also hier gegen springen laufen hier gegen springen laufen wir müssen hier drauf kommen ich denke mal ich denke ich denke mal das ist hier die die the way to go oh gottchen da ist einiges zu tun da lassen wir erstmal direkt hier das hier zerstören so ok gut dann haben wir den typen hier die fliegen hoch zack dann gucken wir mal kurz ob wir den hier gegen springen so dann kann er ihn hier fressen kann ich die beiden als futter nutzen so und so weil die ob wir jetzt als so benutzen oder nicht ist eine jacke wie hosesacken noch so schön gut dann müssen wir einen hier rüber springen lassen dann hier explodieren damit der stirbt machbar ok ok komm komm lauf lauf günther der ist übrigens aus dem günther geworden der bei mr prepper agiert agiert nach was nee das haben wir nicht geschafft den zu töten unschön nach was ist hier los ok ok gut gut dann die richtung und nee dann explodiert er nur größer so dann kann ich die runner machen die schreien sehr schön oh sehr schön ok gut oder müssen wir einen hier setzen damit die nicht runter laufen so ok gut die könnten wir jetzt auch hoch hab ich zu früh verstört hätte ich nämlich die noch töten können verdammt na egal da wird nichts mehr raus so nehme ich die weg ok er macht dann hier so oder macht er den den hier kann er das nee zu weit entfernt so ok dann machen wir den hier dazu in die richtung und hier hoch so oh nein ah ja perfekto den wollte ich gar nicht da oben haben aber egal wir machen weg nein 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 und wir haben verkackt und wir haben verkackt die sind da runter gelaufen ja dann fangen wir wieder nochmal nahe an ne würde ich mal sagen egal kein problem egal kai sagt man das schön ne ich trinke mal kurz nen Schluck da können wir nämlich versuchen den typen da zu kriegen so oh da aufgebieren die schon mal sehr schön so er springt hier rüber ne um dann hier runter zu springen ach Mist Mist ist wieder fast vergeigt hier ok zack jetzt haben wir ihn doch gekriegt sehr schön jetzt haben wir da doch gekriegt hier sehr gut ok den nutzen wir gleich zum rüber springen damit er den getötet so ok zack gut dann geht er halt verloren aber ich werde den auch nutzen um ah was ah nein er ist über den drüber gesprungen ok ich muss halt anders abpassen damit er dahin läuft genau jetzt noch nicht schon oh nein die Feinde ach Mist die Feinde schon da oben runter meine Güte was denn da los jetzt hab ich da schon wieder hier verballt ach Gott ist da jetzt auch egal wie ok wir brauchen nämlich einen zumindest der da hoch springt so der sagt Leute jump da hoch das ist voll lustig so zack das reicht dann schon das reicht dann wenn da nur einer ist den machen wir zum Jumper ne den opfern wir das ist kein Problem da wird er entweder sterben insofern wir beide da war anscheinend noch jemand gut ähm gut jetzt kommen da noch ein paar Zombies hoch sehr schön so ist das doch sehr schön gut dann sagen wir tschüss Kollege damit wir hier hochkommen gut äh warte ich hab da zwei Typen stehen sehr unpraktisch hoppala ok dann laufen wir da lang ich muss nur da oben hinkommen das reicht schon aus wenn ich dann so weit bin wie die letzte Folge beziehungsweise da war wo ich stehen geblieben ok dann machen wir die Dörrihofe die Dörrihofe tut mir leid wenn ich irgendwer damit beleidige das ist nicht meine Intention dahinter wir können aber jetzt auch das nutzen ein paar Jumper daraus zu machen weil wir ja gleich sowieso Punkte bestimmt bekommen so der Sack bleibt da Leute damit die nicht da rauslaufen sehr schön guck mal da ist auch einiges was wir haben gut ähm zack der springt hier rüber der hier rüber springt so machen wir ein bisschen Parcours hier zack so hier zack so dann läuft er da lang sehr schön und so sehr schön jetzt können wir alle dort hinbekommen oh shit reicht das aus nee reicht nicht aus ok ähm oh mist ok kurz darauf achten dass hier die gleich nicht runterfallen sehr schön wir fahren jetzt herunter kann ich nichts machen ok ok da ok gut dann brauchen wir den hier nicht schlimm Kollege stirbt jetzt deswegen oh shit da brauche ich noch jemanden sehr schön gut dann müssen wir jemanden noch opfern irgendwo jemanden den ich den ich übersehen habe beziehungsweise vergessen habe nein habe ich nicht gut so damit wir gleich einen Jumper bekommen ok der muss nämlich gleich richtig viel Parcours machen ok jetzt muss ich jemanden töten oh nee das ist der falsche rüber und sehr schön sehr schön oh ist einer gestorben ähm Leute ah ja die kommen zurück gut die brauche ich dann hier nicht mehr wir sollten jetzt gleich zurückkommen damit die dann gleich hier das zerstören damit wir dann neue Zombies bekommen die können dann sich einfach hier sammeln das ist kein Problem das sollte kein Problem sein das brauchen wir ja nur eigentlich ähm um das hier auszuschalten wenn wir darin gefangen waren aber wir haben das hier nicht eingeschaltet wodurch wir dann hier nicht da gefangen sind ja der Typ arbeitet einfach weiter wie der Typ da oben mach mal die Dörre hier offen dankeschön dankeschön oh Gott ok ja sehr schön ok hat nicht so funktioniert wie gedacht ok ok gut war das war das unsere Aufgabe war das unsere Aufgabe der Rest ist einfach nur zur Ablenkung damit man die Leute hier kriegt ne ja sehr schön guckt mal einen an guckt mal einer schau der Dragon ist schlauer als er gedacht hat das passiert mir sehr oft sehr schön geschafft in 7 Minuten ja die Folge sagt 14 aber das ist eine Lüge Fake News Guthrun war da glaube ich ne Guthrun ich glaube Guthrun verdammt wir sind spät dran man ich habe ihnen gesagt dass er es zu viel für den Aufzug ist wir brauchen mehr Zeit Gertrude gib uns Deckung ah Gertrude meine Frau du gegen die Zombies ein geistiges Duell viel Glück Höhlenfrau ich werde schmeißt ihn fast noch hin was ist das eine kleine Einspielung auf Donkey Kong japp the incredible Gertrude du 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 nein verpasst das ist ein lustiges Level du 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 oh da das war jetzt unschön oh Gott äh kriegen wir neue Leute nein kriegen wir nicht oh shit ich muss aufpassen oh Gott oh Gott oh meine Güte ne wie kommen wir denn da hoch und wie kommen wir jetzt da hoch gehen wir automatisch in die Tür hoch wir brauchen einen Krabbler ja sehe gerade wir brauchen einen Krabbler okay keep respawning there uh ah nicht oh ich habe keine Krabbler okay okay ich weiß schon die Richtung so oh Gott ah oh Gott kommt schon Typ kommt schon das schaffst du oh shit der schafft das nein 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 ah oh das ist unser letzter gut game over baby nochmal gut ah ok ich muss irgendwie die Sache ist natürlich die dass wir keine kein Rennen haben wir haben nur explodiert oh gut die ersten drei habe ich verloren weil ich meine Nase gekratzt habe weiße Bescheid Leute nicht Nase gerade zum Ende zockt niemals das ist eine Blasphemie ah boah Gertrude Alter Alter Gertrude die alte ne was sagt der eigentlich das ist nicht nett man will oh oh nein Peter kommt schon kommt schon ist doch nicht wahr Gertrude Gertrude Mann ich glaube der hat wie Gertrude komm mal komm mal komm mal ja der Peter schafft das nie Peter schafft das einfach nicht na Günther du schaffst das aber Günther komm Günther 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 das ist richtig gerockt mein Freund aber so richtig aber was trinken schnell und Günther wird derjenige sein der alle nach oben schickt nach oben nach oben nach oben komm mal Dude ja der ist natürlich ein sehr unschöner Moment hier und 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 ah ja sehr gut ok sehr schön ah nein in der Luft ah nein ok 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 sehr schön sehr schön sehr schön oh ja sehr sehr schön ok die müssen jetzt gleich da hochgeschickt werden alter das Level ist ja mega geil das mega ey solche solche Level in Spielen gibt es leider selten die halt mal einfach die ganze Formel auf den Kopf stellen oder nicht komplett auf den Kopf stellt aber schön erweitert so den brauchen wir dann nicht mehr wow ok 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 na richtiger Moment hier oder sogar zwei verschiedene Arten sehr unschön ok 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 muss mindestens einer hinkommen ok oh sehr schön sehr schön hat er Gertrude kommt schon kommt schon Leute shit Gertrude lass uns ein bisschen hier rumklabbern ja ja komm schon ja der Typ der der Günther der Günther der Günther hat's gepackt der Günther hat's gepackt ich muss mehrere Zombies Günther nennen schafft hat jeder aber vielleicht aber liebe Freunde das war's für zwei äh zwei Levels in der Folge äh the toe of the damned and the incredible Gertrude richtig geiles Level richtig cool äh lasst einen Daumen nach oben da wenn es euch gefallen hat wenn es euch nicht gefallen hat auch einen Daumen nach oben lassen ist immer ganz gut abonniert äh was ich noch nicht getan habe Glocke aktivieren damit ihr mal genervt werdet mit meinem ganzen hochladen äh kommentiert was und schreibt meinen Discord da kommen irgendwann Gewinnspiele dort kann man mit mir quatschen vielleicht gehen wir jetzt auch zocken hoppala und ähm da kommen auch Updates mein Name ist Dringplay haut rein ciao ciao ciao